moin moin liebe freunde herzlich willkommen heute sind wir in gladbach achter gegen sechsten und da wollen wir gucken ob wir was schaffen können na das wird aber auch nicht nur mindestens unentschieden kommt das kriegen wir hin ja sehr schön sehr schön es geht los der ball wurde freigegeben gladbach spielt eher defensiv ich weiß gar nicht wie wir es haben ein ball gewinnt für gorecka im guten einsatz den ball auf dem nassen rasen abgeregt da bin ich echt gespannt ob das heute läuft 3d match habe ich wieder nicht probiert weil hier beim letzten mal auch nicht sehr gute chance hier armin junis zieht von der rechten grundlinie in den strafe und passt mit flach zum fünfer launen dann do rafael der den ball mühlos zum 0 zu 1 einschiebt liebe freunde genau so soll das gehen sage ich hier noch mal kurz super eine frau ist in den innenraum eingedrungen und entrollt dort pogo plakate alles klar arango passt von halblings vorstor und sucht luke dijon der aber einen schritt zu spät kommt isaac der neue mann kann aber klären sehr schön und mal gucken wie es hier weitergeht und mit noch nicht so viele chancen hier wieder eine chance für gladbach eine sehr gute chance arango zieht von rechts mittel und setzt dijon der allerdings knapp am abseits steht perfekt in szene luke dijon umkurv den torwart vom giefer und schiebt den ball schließlich ins leere tor der aber knapp im abseits steht der aber knapp im abseits steht man dieser schiedsrichter oder linienrichter sieht nichts sehr gut ich wusste dass ihr das packen werdet ja oh mann ey hier frisch machen loben wir die 1,5 motivieren wir dich und motivieren wir dich und ich glaube noch einen können wir oder zwei oh ich hätte letztes mal glaube ich nur vier ich das richtig gesehen hatte vier mal geklickt ich kann es besser das weiß ich ja okay lassen wir es mal so weitermachen 1 zu 1 steht es und ich habe gesagt wir schaffen mindestens einen unentschieden und ich setze mich mal hier an der glattbach kriegt wieder eine chance ecke arango luke dijon kommt zum kopfball und setzt diesen in den rechten außenpfosten schiri tobias wetzer hatte aber abseits abgepfiffen juhu und noch eine chance eine verunglückte koffer abwehr landet bei luke dijon der es mit einem schuss 16 min versucht aber de camargo steht im weg gute flanke von arango auf dem kopf vom ring geht aber weiter ihre entscheidung der vierte auf behauptet fälschiger weise dass sie ihre coaching zone verlassen haben okay ich habe gar nichts gemacht okay deems wird geschickt will an grezka vorbeibringen bleibt zunächst hängen aber der erfahrene belgier setzt sich erfolgreich nach holt den ball wieder und spielt dann in die mitte auf luke dijon kommt zum schoß giefer taucht in die ecke und kann den ball gerade noch um den pfosten drehen jetzt aber die chance für uns isaac forse schlägt den ball aus dem mittelfeld in die strafe um nando rafael legt ihn quer zu younes der heimrot aus elf metern zu einer tollen parade zwingt schade immer noch eins zu eins mhm dann kurz hier mal ach gefährliche freistoßmöglichkeit in gladbach für fortuna düsseldorf daniel von beuten kontinando rafael nur mit einem faul stoppen die torentfernung beträgt 17 meter freunde das schaffen wir 17 meter das ist doch kein ding melitzas und reisinger diskutieren noch melitzas wird wohl schießen bitte 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 kurzer anlauf genau auf dem mann heimrot packt sicher zu okay pause gucken wir mal wie das hier aussieht was können wir noch einwechseln wir lassen einfach mal alle spiele auffärmen um den gegner mal zu verwirren sollen sie sich mal ein bisschen hier warm machen die leute so sie sind alle frisch und warm chance für fortuna düsseldorf heimrot erwischt die hereingabe von axel bellinghaus mit einem hechtsprung ehe hier größer schaden stehen kann reisinger stand bereit aber das hatte aber hat aber das nachsehen in dieser situation okay guretzka nein ich möchte noch nicht so früh ich auswechseln junger mann von den berg vielleicht mal reisinger auswechslung gegen voronin so der neue kaptein kapiton emre chan holt sich mit einer sehenswürdigen grätsche den ball gegen nordweit sehr gut freunde attacke spieler wechsel granit chaka für harvard nordweit nochmal wechsel da muss ich gleich nochmal gucken eine chance hier sehe ich gerade für uns kam gerade an junis nando raffael wir haben aber keinen stürmer hier mehr ist mir aufgefallen jam 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 wie sieht es eigentlich in der tabelle aus oh man wir rutschen immer weiter ab platz sieben inzwischen das ist nicht so gut okay ähm oliver fink haben wir hier noch ja lassen wir jetzt nochmal weiterlaufen guter angriff von fortuna dussoff andre wohnen ist da viel zu unkonzentriert das heißt konzentration gladbach für eine äh möglichkeit hier wieder schöne kompitation von gladbach mike hanke in die spitze und dort verpasst luke de jean nur knapp sein zweites tor ähm und wenn wir ein bisschen ach so das kann ich hier nicht machen taktik aufstellung da sehe ich gerade eine möglichkeit für uns wir gehen mal ein bisschen offensiver mit unseren leuten emre chan das ganze mal ein bisschen hier offensiver gestalten und dann kann ich hier auch nochmal schauen also nur rafael 2,5 ist in ordnung gorecka okay vielleicht duri chan und isaac malitzas für adam bocek so armen yunis kommt jetzt hier noch was kommt freunde go voller angriff 60 sekunden werden nachgespielt berlin düsseldorf ist schnell berlin hausen macht in ausreichsrechter schussposition aber in haken zu viel sein schuss wird abgeblockt und damit ist das spiel vorbei ja unentschieden ist leider nicht genug schauen wir uns hier das mal an also auf jeden fall malitzas guter spieler wurde aber ausgewechselt von mir äh die stimmen düsseldorf hat sicher nicht schlecht gespielt vielen dank vielen dank keiner von uns ist dabei eimerod im tor sehr gut ja schade ne teamleistung bester spieler fair play da sind wir ganz sicherlich nicht dabei ach du grüne neune kohl ist noch angeschlagen scouting ist abgeschlossen ah der stürmer markt wird 4,9 millionen mhm 1 treu uns liebling ok das heißt das wird gar nicht günstig das kann der ansprache aber erfolgreich sehr gut können wir ihnen was sagen hier ist ein bisschen verstimmt weiß ich nicht was ich ihnen sagen soll ich gebe im training alles ja na gut verletzungen noch ein paar wochen ja kein turm mehr geschossen seit langer zeit so scheiß mich an ich wollte doch ich wollte doch jetzt noch einen verdammten transfer machen ja super wer macht denn hier dieses angebot achso ok ok gehen wir hier mal ein bisschen runter müssen ein paar spieler mal los werden juanan der wird uns angeboten der spieler was ist er denn er ist ein rechter verteidiger auch nicht gerade viel stärker ach man ey lecko mio ist rein da gescoutet marktwert komm mal ein bisschen entgegen dann werden wir ein paar spiele mal los da konnten die keine einigung erziehen also das ist richtig schwierig hier mach mich richtig kaputt transfermarkt ist jetzt geschlossen herzlichen glückwunsch ja hurray günther du bist in der ersten mannschaft oder in der zweiten zweite mannschaft vielleicht lassen wir die auch gleich mal in der ersten spielen deutsch und türkisch erste mannschaft aber jetzt das hat aber natürlich jetzt auch gut zugelegt ähm spielegespräch ähm num 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 er drängt sich schon auf das ist schon richtig okay das lob hat schon mal funktioniert sony kittel verlängert seinen vertrag okay haut schon so sehr schön super das jetzt dass wir jetzt hinten ähm okay ähm dann machen wir hier eine aktion kann ich irgendwie hier dieses Dingsbumster machen transfermarkt blickfeld da haben wir hier doch welche äh position ne ne da habe ich gar nicht im blickfeld oder was da muss ich nochmal hier gucken im blickfeld aufnehmen okay jetzt aber äh transfermarkt blickfeld da haben wir ihn doch wert 2 million äh transfervorbereitung das muss man auf jeden fall machen so flamengos adrian spieleinfo ja hm ist natürlich ein guter spieler aber hier nicht so mega starr okay okay gottning abgeschlossen leider sind wir unsere spiele da nicht los geworden das war ein bisschen blöd äh ist der vertrag bei base bis 2015 verlängert ja schon 26 der andere hat mir besser gefallen das heißt hier müssen wir noch ein bisschen warten das ist echt ärgerlich das ist echt ärgerlich aber 29 ist auch schon er kann sich natürlich da auch verbessern das heißt wenn wir ihn jetzt demnächst kriegen wäre er ja schon bestimmt 30 ist dann vielleicht gar nicht so gut ne so die frische ist hier extrem schlecht oh man wir haben echt zu kämpfen und sind unsere spiele nicht losgewonnen in letzter minute leider neue ablöseforderung alles klar okay höchster form gewinn franziskus gut und jetzt hat er eine 67 passt mal auf franziskus zweite mannschaft und ähm spieler gespräch großes lob dann pass auf er hat 67 der wird sich gut machen gleich in der ersten mannschaft ähm aktion in die erste mannschaft verschieben dauerhaft so zack hier ups nicht das sondern Assistent erste mannschaft gucken wir hier tobias franziskus für nando raffael dann nando raffael vielleicht für laneke mhm das heißt hier haben wir zwei stürmer wir haben hier noch leon balogun ja müsste ich eigentlich auch in die reserve verschieben hier haben wir noch bruno soares ja zack robbie kruse wird auch bald besser wieder den können wir dann für durichama reinstellen so 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 gefällt es mir doch langsam mal äh die teamdynamik die ist bestimmt extrem bescheiden ja äh welches ziel haben wir denn nicht erfüllt das ist immer noch das ich will stammspieler werden diese drei werden eher nicht stammspieler äh dieser hier auf jeden fall du hast gut trainiert ah gut trainiert zack ähm was haben wir denn hier noch vertrauen gespräche erfüllte ziele das ist schon mal gut unfaire gehälter leon gorecka hat mehr als lanneke joo ronnie gabatschewski okay ja das sind die neuen jungs ne komplett andere einstellung stefan reisinger er trainiert nicht so gerne äh spieler gespräch spielmacher 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 ne da kann ich noch nicht so viel machen irgendwie ihn dazu überzeugen dass er mehr trainiert frustration die beiden nur kleinigkeiten hat neun tage neun spiele nicht gespielt fehlende ziele das heißt wir müssen irgendwie versuchen unseren kader auszudünnen dass nur noch die spieler hier drin sind aber dann die scheinen kennen es so die sind alle kaputt lamperts ist weiß ich nicht wie viele jahre noch gesperrt für drei spiele noch ja es ist super nice das ist richtig nice also da können wir einiges noch verbessern fehlende ziele ja da sehen wir es möchte einen langfristigen vertrag möchte erfahrene trainer da sind wir ja dabei möchte erfahrene trainer möchte sich verbessern robert alme sagen wir mal das gut trainiert mal sehen was er da sagt gut voronien okay schwere kommunikation weil er griechisch spricht freunde das ist richtig richtig schwierig tobias franziskos emre chan deutscher der kämpft gleich mit mehreren lanneke will erfolgreichen fußball spielen will stammspieler in der ersten mannschaft werden ich denke das wird eher nichts bruno soares möchte zumindest einige matche spielen das können wir ihn vielleicht erfüllen da muss ich noch mal reingucken bruno soares ja können wir mal machen lassen wir ihn mal da vielleicht rein ja gut dann sehen wir uns beim nächsten mal gegen Stuttgart und hoffen wir dass wir da ein paar mehr punkte wiederholen können also macht's gut Vielen Dank.